Heute das wohl lauteste Salud-Bombenrohr, welches man in Deutschland legal in Kategorie 2 erwärmen kann. Altbekannt der Flashbang von Nico. Hier angegeben als Blitzknallbombetten mit der Artikelnummer 84590. Schauen wir uns mal die Rückseite an. Insgesamt 10 Stück in so einer Packung hier drin. Wie schon erwähnt eingestuft in Kategorie 2 bzw. F2 und dementsprechend auch schon mit der BAM-Nummer BAM F2-0306, also mit der neuen F2-BAM-Nummer. Eine NEM von ca. 40g und ein Bruttogewicht von ca. 395g. Beide Angaben, logischerweise verteilt auf die ganze Verpackung, also auf 10 Stück. Hier auch das CE-Logo. Ja, und ansonsten viel mehr Informationen findet man hier auf der Rückseite auch nicht. Sind eingestuft in der Gefahrengutklasse 1.3, sprich sie dürfen zwar versendet werden, der Versand ist jedoch abnormal teuer, weshalb eigentlich meines Wissens alle Shops den Versand dieser Teile nicht anbieten, da man da schon schnell im dreistelligen Bereich ist. Dementsprechend halt ein Artikel, der halt nur von Personen abgeholt werden darf. Der Versand ist eigentlich in Deutschland nirgendwo zu finden. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt nochmal ein im Detail an und werden dann die Teile mal testen gehen. So, hier jetzt nochmal ein am Detail. Man sieht schon, extrem lange Visco zum Anzüllen. Ansonsten halt, wie so ein klassischer Thunder King halt aussieht. Unten mit Plastikstandfuß, oben mit so einem leicht durchsichtigen roten Papier zugemacht. Schauen wir nochmal hier, finden wir nochmal eine Angabe von ca. 4 Gramm an NEM. Also gar nicht mal so viel. Wenn man überlegt, der Lift muss noch mit abgezogen werden, liegen wir da vielleicht bei 2-3 Gramm, würde ich mal sagen, so in dem Dreh. Ja und ein Bruttogewicht von ca. 31 Gramm. Ansonsten auch nicht viel mehr Information. Macht so von der Verarbeitung her. Auch wenn man hier noch nicht viel sehen kann, einen ganz guten Eindruck. Ja und an sich halt ja eigentlich schon ein sehr bekannter Artikel. Weshalb ich da auch nicht so viel zu sagen muss, denke ich mal. Würde ich sagen, gehen wir einfach mal testen. Wenn jemand fest ist, sagt uns bitte Bescheid. Äh, ach so, muss ich raus. Ich find sie cool. Hast du es in einer gewesen gerade? Auch nicht viel. Flasping. Nico.